Herzlich willkommen, in meinem Namen und im Namen des SISO-Instituts, lieben Dank Frau Preiß und lieben Dank auch an das Wirtschaftsdienst-Team, dass wir diese Veranstaltung heute auf die Beine stellen konnten. Die Handelspolitik ist zurück, muss man sagen. Sie war lange ein Thema, das nicht viele aufgelegt hat. Vielleicht noch ein paar Ökonomen, die sich über Optimalsäure und solche Dinge auseinandergesetzt haben, aber in der großen, breiten Debatte war die Handelspolitik eigentlich kein Thema, etwas für Technokraten, am besten im hohesten Geschoss des Permanements in Brüssel. Heute haben wir die Debatten hier im Zentrum Berlins, 300.000 Personen von dem Brandenburger Tor gegen CETA, Unterschriften, Aktionen und Bücher mit Titeln wie Freihandelslüge und dergleichen. Die Diskussion ist also angekommen im politischen Prozess und das finde ich gut. Wir haben ein Urteil vor kurzem gehört, oder eigentlich ein Rechtsgutachten des EuGH, das klargestellt hat, dass für die weitaus meisten handelspolitischen Themen Europa zuständig ist. Deswegen brauchen wir auch, glaube ich, dringend eine europäische Diskussion dazu und ich hoffe sehr, dass wir heute hier in diesem Raum einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich bin sehr froh, dass Sie zu Zahlenrechten gekommen sind. Es ist immer schön, einen vollen Raum zu haben. Es ist hohe Anwesenheit. Ich bin auch sehr froh, dass wir ein sehr gutes Programm zusammengestellt haben. Und vor allem bin ich meinen Kollegen sehr dankbar, die den Weg auf sich genommen haben. Teilweise von der Westküste der Vereinigten Staaten. Ich gehe gerne nach Berlin, ich möchte das sehr schätzen, das ist ein weiter Weg. Aber ich glaube, wir haben ein tolles Programm. Und leider muss ich Ihnen auch mitteilen, dass wir eine Absage in letzter Minute erhalten haben. Der Wirtschaftshistoriker Albrecht Trichsler, auf den ich mich sehr gefreut hätte, und Sie vielleicht auch von der London School of Economics, kann heute nicht bei uns sein. Er ist auch Head of Department, Bekan des anderen London School of Economics. Und da ist irgendetwas dazwischen gekommen. Er hat versprochen, dass er seinen Beitrag in schriftlicher Form den Wirtschaftsdienst zur Verfügung stellt. Und da können wir uns dann auf eine Lektüre freuen. Umso glücklicher bin ich aber, dass Sie, viele Personen heute, zu uns gekommen sind. Ich will gar nicht lange in das Programm einführen. Ich glaube, Frau Pfeißel hat das Thema schon umrissen. Ich möchte vielleicht noch Herrn Fust begrüßen, unseren Keynote-Speaker. Ich muss ihn ja nicht vorstellen. Er ist einer der ausgewiesensten Finanzwissenschaftler in Deutschland. Und er hat sich schon von Beginn an eigentlich mit der internationalen Dimension der Steuerpolitik befasst. Und das ist etwas, das mich sehr interessiert. Und deswegen bin ich froh, dass du es geschafft hast, in deinem Terminkalender auch diese Veranstaltung unterzubringen. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Herzlichen Dank.